Ademax Deutschland hier, Andreas Joachim, mein Name. Heute stellen wir euch zwei Diesel-Notstrom-Aggregate vor, in der Silent-Version, leise auf Deutsch, mit 8 kVA Leistung. Beide. Beide sehen ähnlich wieder aus, sind aber anders aufgebaut und der Black & Decker hat Feinheiten, da träumst du nicht von, weil das ist genau das, was die Kunden uns jahrelang erzählt haben, was sie gerne an einen Stromaggregat haben möchten und vermissen, bei allen anderen, die auf dem Markt sind und wir haben es möglich gemacht. Wenn ich sage, wir haben es möglich gemacht, haben wirklich wir es möglich gemacht, weil wir die Lizenz haben, um die Black & Decker Stromaggregate herzustellen. Natürlich nicht in Deutschland, aber ist ein anderes Thema, kann man auch rausschneiden, aber ist halt so und deswegen konnten wir die bauen lassen, wie wir es haben wollen. So, jetzt kommen wir zu den Details, wir fangen mit denen an und dann merkt ihr, was der alles mehr kann. Beide haben Einzylinder-Diesel-Motor 500 Kubik mit 12 PS, 8 kVA maximale Leistung, sind in KW 6,5. Dies haben wir bei beiden Geräten auf 400 Volt anliegen und jeweils 10 Prozent weniger, wenn ich den hier rumdrehe und dann habe ich das auf 230 Volt anliegen. Das ist eine 400 Volt 16 Ampere Steckdose, eine 32 Ampere Steckdose 230 Volt, auch wenn sie groß ist, ist kein Campingstecker. Campingstecker sind 16 Ampere, das ist ein 32 Ampere. Manuelle Vorwärmung, den Autoeingang für PV-Anlagen, dann die Batterien, dass er automatisch anspringt, wenn die Batterie unter einer gewissen Spannung ist und wieder andersrum, auch wenn sie voll ist. ATS-Eingang, für die Hausabsicherung haben wir den ATS-Eingang hier und da schließe ich dann einfach mit einer ATS-Box an das Haus, dann geht der automatisch an bei Stromausfall, geht wieder aus, wenn Strom wieder da ist. Einen FI-Schutzschalter, wenn das mal passieren sollte bei euch, dann ist nicht der FI-Schutzschalter kaputt. Ihr müsst einfach nur den blauen Knopf wieder reindrücken und zack, bleibt da oben. Da ist die Sicherung mal gekommen. Eine Not aus, das heißt, wenn das Gerät irgendwann mal nicht angehen sollte, erstmal hier drehen, dann habt ihr den vielleicht zufällig gedrückt, kommt öfter vor als man denkt. Dann haben wir dieses LED 6 Display, was nicht nur ein sehr schlaues und schönes Display ist, sondern es ist automatisch auch ein Steuergerät dahinter verbaut, dass dieser FI-Schutzschalter, wo man denkt, er ist nur für 400 Volt ausgelegt, 16 Ampere. Nein, durch dieses Steuergerät hier hinter sichert er auch automatisch die 32 Ampere Steckdose, 230 Volt. So, zeigt natürlich Volt, KW, Hertz, Stunden, Ampere an, Ölmangel, Fehlercode zeigt er auch an. Dann sieht man direkt, welcher Fehler vorliegt, was meiner vorliegen sollte. Eine riesengroße Wartungsklappe mit Batterie, Dieselfilter, manueller Not aus, wenn er mal irgendwann nicht starten sollte, auch einmal hier kontrollieren. Ölablassschraube, Öleinlass, haben wir hier. Die Geräte kommen eigentlich immer ohne Öl, also bitte einmal Öl auffüllen, wenn ihr das Gerät bekommt, seit ihr habt den 30-Punkte-Check in die erste Betriebnahme bei uns gebucht. Dann kommt das Gerät komplett einsatzbereit zu euch. Man rede ich schnell heute. Muss ich erstmal durchatmen. Luftfilter hier, einfach die vier Schrauben weg und schon ist der Luftfilter da hinten, auch super einfach zu erreichen. Dann haben wir eine große Wartungsklappe auf dieser Seite, wo wir den Lüfter für die Belüftung haben, dass er nicht so schnell überhitzt. Den Anlasser, hier wieder die Sicherung, wenn mal ein Masseproblem oder sowas war, brennt die durch, dann habt ihr am ganzen Gerät keinen Strom. Wechselt die Sicherung, läuft wieder alles. Der 1,5 Prozent Spannungsregulierer, 1,5 Prozent ist super wichtig, dann habt ihr Strom wie aus der Steckdose zu Hause mit einer Abweichung zu Hause von 2 Prozent. Der hat nur 1,5. Somit auch zugelassen für alles, was Feinelektronik ist, also Hausabsicherung, Fernseher und so weiter, alles überhaupt kein Problem. Einen 100 Prozent Kupfergenerator. Nicht Alu, nicht Alu überzogen, 100 Prozent Kupfer. Für Langlebigkeit ist das einfach perfekt. Diese Details bis jetzt von dem Generator, den Spannungsregulierer, hat auch alles der Black & Decker. Tank, 14 Liter, genauso beim Black & Decker. Immer wieder mit so einem kleinen Vorfilter. Tankanzeige, die manuelle haben wir auch hier. Auspuffausgang, 40 Millimeter. Den kann man, wenn es unbedingt sein muss, verlängern. So kurz und so gerade wie möglich immer. Also so weg und nicht so. Abgase müssen ja auch irgendwo hin. Weg. Das war hierzu. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden bei denen. Das heißt, was ich jetzt erkläre, hat eigentlich nicht der. Kann sein, dass ab und zu mal ein doppelter Sache drin ist. Kann ja mal passieren. Beim Black & Decker haben wir also auch den Autoeingang, den ATS-Anklang. Das erkläre ich nicht noch mal. Die Erdungsschraube, eine Steckdose 400 Volt, 16 Ampere, eine Steckdose 32 Ampere, 230 Volt. Und weil wir hier noch Platz haben, weil wir das hier nach vorne gelegt haben und nicht auf der Seite, haben wir auch noch Platz für eine Schuhkurtsteckdose. Ein NFI-Schutzschalter haben wir hier. Auch hier, wenn er nicht hält. Einmal drücken und er hält. 400 Volt, 230 Volt Umschaltung, Notaus, Schlüssel haben wir hier. Dieser ist aber nicht zum starten, es ist nur Konkert geben und hier mal ein Knopfstarter. Knopfstarter ist dafür sehr, sehr gut, weil so kann man den Anlassern nicht überlasten und nicht überdrehen. Stopp schaltet man ihn aus. Dann kann man hier durchs Menü gehen. Da haben wir alle Informationen. Man sieht auch, wie oft wurde er ja schon gestartet. Da sieht man jetzt hier 0, ist also komplett neu. Jungfreudig, wenn ich jetzt hier einmal den Knopf drücken würde, dann hätten wir danach da eine 1 stehen. Stunde, Hertz, Ampere, KW, alles drauf. Das sehr, sehr gute an diesem Gerät ist, er hat eine automatische Vorwärmung. Das heißt, man muss nicht den Knopf drücken. Das heißt, er startet auch im Winter alleine über ATS, wenn es kalt ist, weil er automatisch vorwärmt. Man kann auch das Display komplett einstellen, dass er etwas länger startet, etwas länger vorwärmt. Wenn ich zum Beispiel in Bayern wohne, oben in den Bergen und da super kalt, kann ich das hier dann eben auch justieren. Er hat nicht nur die automatische Vorwärmung, er hat auch einen Überhitzungsschutz. Das heißt, dieses Gerät geht automatisch aus. Alle diese Geräte 3000 Umdrehungen luftgekühlt, sollten eigentlich in der Regel maximal vier bis acht Stunden laufen und dann eine Stunde Pause haben, damit sie wieder vier bis acht Stunden laufen können und nicht überhitzen. Dieses Gerät schaltet sich automatisch aus bei Überhitzung. Alle anderen nicht. Das ist was, was ihr so auf dem Markt nicht finden werdet, außer bei uns oder weit über 10.000 Euro, weil es kein Hersteller interessiert. Uns aber doch. Deswegen haben wir das hier eingebaut. Dann haben wir noch einen Lithium-Ionen-Akku, der sich deutlich langsamer entlädt als bei den anderen Batterien. Das haben wir hier. Guckst du, ist somit also deutlich kleiner und effizienter. Sonst haben wir hier wieder genau das gleiche wie bei den anderen. Ich lege das mal so rüber, damit hier nichts passieren kann. Kupfergenerator, AVR-Spannungsregulierer ist auf der anderen Seite. Also auch hier haben wir zwei super Wartungsklappen, wo man alles sehen kann. Hier ist der AVR hier hinter versteckt. Genauso wie bei den anderen Geräten. 100 Prozent Kupfer, AVR 1,5 alles Mögliche. Diese beiden Aggregate, das waren die Feinheiten. Haben wir alle Feinheiten? Ja, ne? Also das ist schon mal genial. Überhitzungsschutz, automatische Vorwärmung. Diese Sachen gibt es bei anderen Aggregaten nicht. Es gibt den Black & Decker und es gibt unseren, wie wir bei uns nennen, Black Carmo, der dann noch einen größeren Tank hat mit 24 Liter, statt 14 Liter. Aber was wollte ich sagen? Jenny, sag's mir. Eine Sache wollte ich noch sagen. Die Schräglasttauglichkeit. Beide Aggregate sind schräglasttauglich. Bedeutet, wenn ihr doch die 400 Volt nicht für 400 Volt benutzen solltet, sondern das für 230, wovon wir eigentlich generell immer abraten. Außer ihr habt wirklich was, was auf 400 Volt läuft und braucht trotzdem 230 Volt. Dann haben wir bei den Geräten, wir machen es einfach, wir runden es ab, 6 kW Leistung, also 2 kW pro Phase. Bei beiden Geräten können dann eine Phase mit 2 kW belastet werden, die andere mit 1 kW, die andere mit 500 Watt und ihr habt trotzdem eine saubere, perfekte Spannung. Die Geräte schalten aber nicht ab. Wenn ihr eine Phase überlastet, sagen wir mal eine Phase mit 3 kW, dann brennt diese Phase einfach durch und dann geht das Gerät kaputt, der Generator und der Alternator. Ja, da haben wir das mal einmal erklärt. Beide Geräte sind natürlich Euro 5, wie andere auch sagen Stage 5. Also die neuesten Upgrade-Normen erfüllen die. Im Preis unterscheiden die sich ein bisschen. Der liegt normalerweise bei 2.399 Euro und der liegt ungefähr bei 1.699 bis 1.800 Euro. Da hat man ungefähr so ein bisschen die Preisspanne dazwischen, aber dafür hat man hier auch sehr, sehr, sehr viel mehr Technik. Dann würde ich sagen Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Liken, kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Geht auf www.ademax.de, da findet ihr alles. Habt ihr Fragen, schreibt einfach. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.